Alle Realismus-Fans, gucken dann bitte einmal kurz weg. Moin und herz mit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge L-Splitiv A. Heute wieder mit einem DFA-Fahrzeug, mit dem Sprinter aus Rheinland-Pfalz und mit einem Kollegen. Und da haben wir schon einen Einsatz, einen Purset. Da fahren wir mal mit an, auf der Autobahn natürlich. Gut, wie mit einem Ups, das war ich nicht. Ich habe das Auto nicht angefahren. So, dann gucken, alle Realismus-Fans, gucken dann bitte einmal kurz weg. Okay, das dauert echt lange. Abgeschlossen. Okay, ich glaube, das könnte ganz schön lange dauern. Ich hoffe, die waren ab. Nee, leider nicht. Ah, jetzt hole ich aber langsam auf. Da haben wir Sprinter, dreht komplett hoch. Junge, was machst du? Bezahlst du? Der fährt wahrscheinlich da oben hoch, ne? Nee, der dreht um. Oh shit, das habe ich nicht gesehen. Ach komm, das hätte ich easy geschafft. Ich fährt jetzt die ganze Zeit im Kreis. Ah, natürlich ein Ami-Motorrad habe ich noch. Sorry. Ich gucke jetzt mal zwei weitere. Was macht der? Und noch mit einem. Na, da ist auch ein DFL-Fahrzeug. Und noch ein DFL-Fahrzeug. Oha. Oha. Oha, das ist ein DFL-Fahrzeug. Oha. 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 Sind vorallef festgenommen wegen Flüchten der Polizei. Flüchten vor der Polizei so. Ich werde sie einmal überprüfen. Nikolaj Nev... ...Leif. Dann haben wir das Fahrzeug. Blösser. 65 KGW 913. Das ist alles. Dann durchsuche ich das Fahrzeug einmal. dann werden sich hier nochmal... das kann mein kollege hier mal machen scheint alles gut zu sein können sie... und wer kommt? und ab zum nächsten, dann sind's ups ein Unfall oh Gott, oh Gott dann kann dann... auch nochmal eine Ambulanz die Feuerwehr das ist gefährlich das ist gefährlich ich muss zuerst laufen nein, nicht einschränken ich will den Tümer hin und noch ne... hallo, ihr könnt seine Serien auch raus machen, ne? danke ok dann rede ich halt nicht mit dem hier macht das eure Serien aus? oh, das war zu kurz gelöst ja, und jetzt fahren sie also, warte ne, hat nicht funktioniert, ja, ich meine hups nicht rum Servus aus aus in aus Geben sie mir auch ihre Identity Nummer. Dankeschön. Hä? Hä? Wo kann ich mich nicht mehr bewegen? Hä? Hä? Hallo? Spiel, reagieren sie auch mal? Oh. Gut, dann, ähm. Wo auch immer ich jetzt hingehe. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder, weil ich denke mal, das war's wohl mit dem Einsatz, weil ich kann hier nichts mehr machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder und hier ist gerade mal nichts los. Ich hab mich hier mal zum Kollegen einfach mal gestellt, warum auch immer der hier so steht. Und ich dachte mal, ich überprüfe mal hier oder da einen LKW. Zum Beispiel den da drüben entdecken. Bitte einmal rechts ran fahren. We have serious MV8 and morningwood units response code 2. Ich fährst jetzt rechts ran. Ich fährst jetzt rechts ran. Gut, dann halt nicht. Dann fahren wir mal das... ...den Code 2 an. ...durfen geht mal da... Hey, you're my dude, right? so ein unfall vom fahren guten tag sind sie der anrufer ja ich wollte die einpacken und dann habe ich das andere fahren möchte von meinen füdi und schreibe ich will sehr schnell den bericht dann ist ihr bericht schön dach noch recht kriegen sie über e mail einmal ein baller 46 e k 5 7 2 gut perfekt komm kollege haben wir noch genug arbeit nicht nur rumstehen eine verhaftung oder so dann du so oder ist es schon wieder eine verhaftung das ist jetzt noch nicht so schön dass das gerade hier sein muss stelle ich mich mal nicht hier hin dann gehen wir mal hoch komm mit kollege genau da müssen wir dann auf wundersame weise wieder reinkommen sehe ich jetzt nicht mehr als person oder was gut das ist jetzt nicht so schön jetzt weiß ich nicht mehr da reinpacke das ist sehr doof das ist sehr doof so ja gut dann müssen das wohl Kollegen übernehmen call out bitte beenden jetzt übernehmen eigentlich 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 k k k k k k die bleiben stehen stehen bleiben was laufen sie über die straße das ist gefährlich haben sehr gesehen was passiert ist sie angefahren weil sie über die straße gerannt sind haben sie ein bruder der rest klären wir auf der wache wegen der versicherung ich weiß gar nicht wie ich den jetzt in mein fahrzeug bekomme ja gut kollege kommen wir regeln das auf der wache wo ist denn hier ist aber da oben rechts abbiegen ist in deutschland zwar nicht erlaubt aber und er fällt wieder warum steht er der tiguan einfach so rum gottes blut er hat glaube ich auch nicht verloren ich stehe überall polizei das rum kollegen und machten hier und stehen bei weg rum heimann die kollegen geben gerade alle feuer abend polizei fahrt bitte jetzt schlüften oder wie der herr haben sie was getrunken und fahren sie auf woanders ja gut dann sein so froh ich bin heute netz ich erlass in der strafe wahnsinn ist warum strafen wir kommen nämlich ganz dach zeit gut wir sind in deutschland da ist das bestimmt schon mal so ne das war knapp so dann regeln die das da alles und mal schauen komisch fest tun oh das war knapp guten tag einmal bitte alle dokumente dankeschön einmal bitte bill mary abgeboren 27 15 1990 erscheint alles okay zu sein dann einmal 64 ld n 396 überprüfen warum waren alle zum krankenhaus das ist eine warnung komm kollege wir verteilen heute manche keine strafen damit würde ich sagen dass es das hier mit war perfekt ist perfekt gecrasht natürlich spdfa auf jeden fall wenn es euch gefallen hat like und abo nicht vergessen und ciao